Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Starpoint Jiminy 2. Wir fliegen gerade mit unserem Kanonenboot, dem Taurus, zur nächsten Hauptmission, bei dem wir einen Gefängnisausbruch versuchen werden. Das ist mittlerweile mein dritter Versuch, diese Mission anzugehen, beziehungsweise mein dritter Versuch, überhaupt diese Aufnahme anzugehen. Die ersten beiden habe ich leider dank Bild- und Tonproblemen wegschmeißen können und macht aber nichts. Gott sei Dank hatte ich den Spielstand nicht gespeichert, ich hatte es zwischendurch schon echt panisch. Also ich hatte gespeichert, aber ich hatte noch eine Sicherheitskopie. Deswegen kann ich euch das hier dann doch nochmal zeigen, sonst hätte ich das hier nacherzählen müssen. Oder irgendwie zusammenschneiden. Ich habe es halt hingekriegt, irgendwie nur diesen Teil des Bildschirms aufzunehmen. Ging zwar, wäre jetzt nicht so mega tragisch gewesen, aber muss ja nicht sein. Dann machen wir es lieber nochmal vernünftig. Ja, und jetzt sind wir gleich auch da. Ich könnte mal hier ein bisschen Speed geben noch. Und dann erwartet uns, glaube ich, ein kleiner Text. Und ein kleiner Kampf ebenfalls. Feindliche? Die gehören da aber nicht zu. Oh, ich hoffe, die mischen sich da jetzt nicht ein und machen das Ganze noch schwerer. Sollen wir mal gucken. So, da kommt es. Tief im Territorium des Direktorats. Welch wunderbarer Tag. Sieh auf dein Radar. Es ist voller Ziele. Imperiale Truppen und Direktoratshunde machen einander den Gar aus. Das wird noch gar der beste Tag meines Lebens. Das Gefängnis ist schwer beschädigt. Kümmere dich um deine Trooper und schnappe dir Morse, solange ich meinen Spaß mit diesen blinkenden Radarpunkten habe. So, das machen wir doch gerne. Hoffentlich bleibt da eventuell gleich was für uns liegen. Und ja, wir wollen ihn mal eben hier abholen, den Moos oder Morse, indem wir ihn rüber transportieren. Ich stehe in ihrer Schuld, Käpt'n. Und wieder einmal rettet Forkner den Tag. Es war nicht der Forkner, den ich erwartet habe. Aber dankbar bin ich trotz allem. Aber wenn ich noch um einen Gefallen bitten könnte, können Sie dieses verdammte Gefängnis zerstören? Das Direktoratspersonal war nicht gerade freundlich zu mir während meines Aufenthalts. Ich würde mich gerne revanchieren. Klar können wir das. Da verwende ich allerdings kein Torpedo für... Ich fliege hier mal ein bisschen, irgendwas schießt da von Dings auf uns. Ich fliege mal ein bisschen näher ran, hier in diese Deckung. Oh, jetzt schießt das Gefängnis selber auch noch. Macht aber nichts hier. So. Ein paar Schüsse sollten wir aushalten. Das Ding ist noch halb voll, müssen wir einmal noch laden. Und eine Salve sollte reichen. Level up sogar. Ich bin auf dem Weg. Ich bleibe noch ein wenig hier und habe etwas Spaß. Seltsamer Typ. Empfohlener Level 14, die nächste Hauptmission. Xavier Morse stellt sich als wahrlich wertvolle Informationsquelle heraus. Er arbeitete mit meinem Vater daran, die wahren Ziele des Imperiums in Gemini aufzudecken. Davor diente er als Offizier auf einem der Schiffe der Flotte von General Paul Dimitrius. Morse behauptet, Dimitrius sei bei dem Kampf um Starpoint nicht umgekommen. Angeblich war sein Schiff die Damokles schwer beschädigt und konnte die Imperialienlinie nicht durchbrechen. Er nutzte das Chaos, um seine Spuren zu verbergen und in entgegengesetzte Richtung zu fliegen. Direkt an Starpoint vorbei und in das Territorium des Imperiums. In den Monaten nach dem Krieg trat Morse der Gruppe um Gabriel Faulkner bei, um das ungewöhnliche Handeln der imperialen Flotte zu untersuchen. Sein Kommandant Jared Hunt ist mit seinem Schiff und dem Rest der Crew auf eine Geheimmission aufgebrochen, um das Schicksal von General Dimitrius aufzudecken. Seitdem hat niemand mehr von ihm gehört. In der Zwischenzeit hat Morse seine Dienste als Militärspezialist mehreren Gruppen und Fraktionen angeboten, die es ihm möglich machten, durch ganz Gemini zu reisen und wertvolle Informationen zu sammeln. Er war derjenige, der die Existenz dieser mysteriösen Bruderschaft entdeckte, zusammen mit der Tatsache, dass sie nicht aus Gemini kommen, sondern während des Kampfes um Starpoint unbemerkt ins System eingedrungen sind. Xavier sagt, er war nicht... Moment, wo sind wir? Xavier sagt, er war nicht überrascht, dass die Bruderschaft hinter dem Angriff auf meinem Vater stecken könnte, da er im Begriff war, die wahren Ziele des Imperiums und der Bruderschaft und dem Zusammenhang zwischen den beiden aufzudecken. Kontakt mit Dr. Eleanor Ridley aufzunehmen ist extrem wichtig für uns. Ihr Schiff ist so fortschrittlich ausgerüstet, dass es an Orte gelangte, die anderen unzugänglich waren. Allerdings könnte es schwer werden, sie zu finden. Joachim kann ich mir vorstellen, wenn sie an Orte gelangt, wo andere nicht hinkommen, könnte das schwer werden. Captain, ich bleibe noch eine Weile und helfe. Wenn Sie meinen Bericht gelesen haben, wissen Sie, wie wichtig es ist, dass wir Dr. Ridley kontaktieren. Doch es wird nicht leicht, wenn sie sich nicht in die Öffentlichkeit wagen will. Ich habe einen Freund auf der Axelrio-Station in Wasteland. Er könnte uns sicherlich helfen. Bitte sehen Sie in Ihrem Logbuch nach, um mehr herauszufinden, bevor wir uns auf den Weg dorthin machen. So, hier laufen noch Kämpfe. Da werden wir uns noch mal eben einmischen. Wenn es noch geht. Ich glaube, da ist schon alles kaputt, bevor wir da sind. Aber können wir zumindest noch ein bisschen Loot abgreifen. Kriege ich da noch einen Schuss drauf? Komm, ein paar Meter noch. Zählt, 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 zählt. Komm an. Ein weiteres feindliches Schiff ist erledigt. Wir haben jetzt zwei Relikte, die können wir mal Blaupausen erhalten. Hat sich sogar gelohnt. Wir müssen gleich mal gucken, was wir überhaupt so mittlerweile an Blaupausen gesammelt haben. Und die D-Relikte hier, die Wracks, die werden wir mal mit dem Plünderschwarm plündern. Wobei ich glaube, wir haben noch 30 frei. Könnte sein, dass sich das jetzt vom Lagerplatz hier nicht aufgeht. Ich schaue mal eben, dass wir da noch was rausschmeißen. Das Granit zum Beispiel. Und das Kupfer. So, unser Schwarm ist auch angekommen mittlerweile. Den habe ich letztes Mal auch schon hier ein bisschen getestet. Der ist ganz praktisch, da müssen wir mal mehr von kaufen. Oft lohnt sich das ziemlich sogar. Ah, jetzt haben wir leider nicht alles mitnehmen können. Ich hoffe, dass wir zumindest, also Drop nicht immer nur wertvoll ist. Ich hoffe, dass es sich trotzdem ein bisschen lohnt. Müssen wir mal eben wegbringen. Das zweite D-Relikte dann einfach mal liegen lassen. Die nächste Hauptmission. Wo müssen wir denn da hin? Ah, da oben. Ah, hier war doch auch dieses Gebiet, wo man schön Schiffe kaufen konnte, oder? Ich meine, das war hier und da. Das wäre natürlich ganz interessant. Bis dahin müssen wir noch mal ein bisschen Geld sammeln. Weil ich möchte ja endlich gerne mal ein bisschen was mit Feuerpower. Haben wir oben eine Station, die wir kennen? Ja, da haben wir Sada. Sollen wir da mal hinfliegen, hier durch das Wurmloch? Warum nicht, ne? Das Kanonenboot ist mir nämlich mit 22 Leuten etwas zu schwach besetzt, um andere Schiffe zu kapern. Was nun mal leider die beste Geldquelle ist. Ich habe ohne euch auch noch mal Level 10 gemacht. Und jetzt hier durch die Mission dann Level 11. Da können wir noch mal eben ein paar Skill-Punkte verteilen. Und zwar habe ich mir überlegt, packe ich einen Punkt hier rein. In die zusätzliche Geschwindigkeit sollten wir mal schnell abhauen. Wäre das vielleicht ganz praktisch. Ansonsten, ja, Verteidiger auch immer ganz gut. Wollte ich eventuell auch die Energieabwehr noch nehmen. Denn Laser ist ja das Einzige, was man überhaupt nicht ausweichen kann. Wäre eventuell eine gute Idee. Oder wir packen noch was in die Vergeltung. Oder vielleicht hier in den Fall langsam nicht. Waffen deaktivieren ist natürlich interessant. Schaden zurückleiten auch. Was haben wir denn noch? Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Gerade in Kombination mit unseren Plasma-Werfern, die ja unheimlich viel Energie brauchen. Aber ich denke, ich nehme erstmal das Schaden zurücksenden hier noch. Dann auf Level 10 haben wir einen Hör gekriegt. Und den würde ich, glaube ich, gerne wieder in den Feldkommandant stecken. Denn ich habe noch Hoffnung, dass wir auch mit der Trooperanzahl vielleicht hier noch ein Kanonenboot kapern können. Soll gleich mal schauen. So, ansonsten habe ich ebenfalls auch ein neues Crewmitglied. Nämlich den guten Francisco Meredith, der uns Energie bringt und Energieabsorvation. Ich glaube, das bedeutet, wenn wir angeschossen werden, haben wir eine gewisse Chance, ein bisschen Energiebonus davon zu bekommen. Aber wichtig ist, dass wir überhaupt 15% Energie dadurch kriegen. Finde ich auch ganz praktisch. Diese Plasma-Waffen sind, ja, auch riesen Energieschleuder. Werde ich auch beim nächsten Schiffkauf ein bisschen berücksichtigen müssen. Sollte ich wirklich darauf weitergehen möchten. Ich schlage vor, Sie sehen auf der Sternenkarte nach, Käpt'n. Oh, Gas, Gas, nicht nochmal rein. Oh, da ist direkt ein Riftway. Sollen wir den lang gehen? Ob wir hier eine Station finden? Was haben wir denn hier für... Oh, die beiden Meuchelmorde, die nehmen wir, glaube ich, noch mit. Die sind schön in der Richtung, wo wir müssen. Maschinen sind auf Höchstleistung. Und hier in den Riftway reinfliegen. Ein bisschen Gas geben hier. Ein bisschen mehr Energie auf die Aale ist eine Anomalie. Die können wir mal eben scannen. Ein bisschen Bonus-Erfahrung mitkriegen. So, ein bisschen noch. Gucken, was die so macht. Vielleicht kriegen wir auch ein kleines Event. Sir, der Scan-Vorgang ist abgeschlossen. Nö, nur ein bisschen Erfahrung. Durchbrechen Zeit und Raum und transportieren und... Oh nein, Objekte zu anderen Orten. Das weiß ich nicht, ob mir das jetzt gefällt. Ist jetzt unser Loot weg? Ah gut, die teuren Sachen sind auf jeden Fall noch da. Ne, Fracht 4545. Das wäre ja schön gewesen. Nicht für mich. Aber für die Schadenfroden unter euch. Wobei, es geht ja noch. Also so reich wird man hierher mit dem Loot immer noch nicht. Die Schadenfroden-Protokolle werden ausgeführt. 4 mal 5.000 ist ja schon was. Ich könnte mir sogar... Die erste Corvette, habe ich schon gesehen, könnten wir uns leisten. Aber, die hat unwesentlich mehr Trooper und auch unwesentlich mehr Energie und halt nur zwei zusätzliche Waffenslots. Der Kommunikationsoffizier berichtet Störgeräusche aus großer Entfernung. Neue Missionen sind möglich. Schadenfroden aufladen, verkaufen. Eine Million haben wir mittlerweile. Schauen wir mal in die Schiffswerft. Wolverine, die Krallen ausfangen kann. Weniger Fracht, aber mehr Trooper. Auch eine Corvette. Die fände ich auch optisch gar nicht so schlecht. Die sieht so ein bisschen aus wie die Citron-Motorräder. Schauen wir mal eben in die Energieversorgung. Auch nur 500. Ach, Strukturpunkte sind, Entschuldigung. 5 mehr. Lädt gleich schnell auf. Das ist natürlich nicht besonders. Was meint ihr? Mit 36 Tuba hätten wir auf jeden Fall die Chance, Kanonenboote zu sammeln. Ich befürchte, dass wir damit dann auch das Geld schnell wieder reinkriegen. Ach, hier haben wir auch noch das Motorrad nochmal in groß. Ich glaube, das finde ich eine gute Idee. Können wir lizenztechnisch irgendwas machen? Nö. Dann wäre hier ein Knopf. Was kosten denn Waffen? Kriegen wir denn für 20.000 noch ein paar Waffen dabei? Ne, ne. Noch ein Plasmawerfer wäre ja ganz schön. Eine könnten wir uns sogar noch leisten. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt. So ein bisschen neues Schiff. Dieses Kanonenboot geht mir. Auf den Geist. Ich kann ja hier diese Aufholspiel und den biometrischen Schild nochmal eben loswerden. Bringt zwar jetzt nicht so viel, aber immerhin. Wolverine. Ja, warum auch nicht? Tauschen können wir immer noch. Ich kann das alte Schiff dann auch eintauschen. Ja, möchte ich. Dankeschön. Oh nein. Ich habe die alten Waffen nicht raus. Ah, die sind noch da. Okay. Was haben wir denn hier? Strahl brauchen wir nicht. Das ist schon eine Plasma-Kanone. Dann baue ich da jetzt das ein. Und hier die Isis. Und eine kaufen wir. Ah, Moment. Welches ist denn durch den Schaden 200? Ach, die haben die schon, die aktuellen, eingebaut. Sehr schön. Der Sentinel kann aber bleiben. So, was haben wir hier noch liegen? Was ist das? Sind das Sachen, die wir gelootet haben? Ach, ne, Sachen, die wir kaufen können. Eine Plasma-Kanone hätte ich gerne noch. Muss nicht die geilste sein. Wobei, wir hätten das Geld auch noch. Die Frage ist mit dem Energiekosten. Da tut sich nicht viel. Oh, der Melter ist aber archivierend. Dann nehmen wir hier noch so eine. Die hat Energiekosten 2,5. Die ist noch teurer und macht nur 70 durch den Schaden. Dann tauschen wir hier die auch noch aus. So. Die Sachen können wir dann verkaufen. Vielleicht noch eine Erweiterung dazu. Waffenschaden, Batterie, Energieaufladung. Ja, ist gut. Machen wir doch das eben bei allen. Dann sind wir absolut pleite. Aber eventuell könnte das ja ganz cool werden. Die Farben sind schon eingeteilt. Machen wir die gar nicht. Das ist jetzt natürlich zu Bock. 5. Müssen wir die Farben gar nicht ändern. Das Rot kommt nicht wirklich durch, oder? Wo haben wir hier Dunkelrot? Machen wir das hier auch. Können wir ein bisschen mehr davon sehen. Ein bisschen heller. Ja. Düster. Gut. Düster und Brodling. Dark. Nein, wir sind nicht beim Lego-Film. So. Aufrüstung. Direkt mal testen hier. Also optisch finde ich das Schiff, also von der Form her, finde ich das echt schön. Das sieht gut aus. Ist auch mal ein symmetrisches. Bei den anderen auch. Das hat mir bei Eve nie so richtig gefallen, dass die Schiffe so asymmetrisch waren. Neuer Wegpunkt bestätigt. Alle Energie wird auf die Maschinen geleitet. Ich weiß nicht, irgendwie hat das nicht so den Raumschiff Flair gehabt, sondern mehr so den, ähm, den zusammengeschustert Flair. Sensoren empfangen Feinde in der Nähe. Dann schauen wir mal, was wir da so können. Dann haben wir direkt einen Kreuzer mit 52 Crew. Den können wir schon mal nicht übernehmen. Automatische Protokolle aktivieren. Alle Waffen auf Automatik. Abknallen. Können wir mal. Wir verlieren die Schilde. Hui. Unsere Schilde sind gefallen. Unsere Schilde sind gefallen. Ich habe nicht nach den Schilden geguckt, wie viele wir hier haben. Aber zumindest einiges mehr an Strukturpunkte. Schilde sind wieder online. Rumpfbruch steht kurz bevor. Stark. Der macht uns sogar fertig. Toller Test. Ich werde mal ein bisschen aufladen. Und dann müsste ich den gerne wieder in Reichweite haben. Hier ein bisschen Energie mal umverteilen. Na. Komm schon. Komm mir vor die Nase. Ich möchte Raketen schießen. Alter, da war noch was voll. Der ist noch fast voll. Liegen wir schön hinterher. Hier ein bisschen schießen. Und er anscheinend nicht. So gefällt mir das. So. Jetzt müssen wir nur hier so bleiben. Außerhalb der Reichweite seiner Haupttürme. Ich glaube, wir haben mit unserem Rückschlag auch seine Waffen deaktiviert. Kann das? Oder überhaupt ihn lahmgelegt. Er macht nämlich gerade nichts. Da kommt er wieder. Bis wann? Ah, wir haben schon wieder nachgelegt. Das war ganz schön knapp, würde ich sagen. So. Aber dieses Riesending. Ding. Den Scavenger-Weltz. Aber bestimmt den Laderaum direkt voll. Oh, oh, oh. Hat aber auch wehgetan. Halbes Schiff schon zerstört. Na komm. Mein lieber Schwarm. Bring mir den Schotter. Okay. Das war jetzt nicht so viel. Zwei Stück. Aber okay. Hat sich gelohnt. Der Schwarm kostet 5000. Solange der mehr bringt als das, ist es okay. Da haben wir einen weißen Punkt auf dem Radar. Eine Anomalie. Schilddämpfer. Haben wir hier schon wieder Energie für? Ah, noch nicht ganz. Das bräuchte ich mal. Gut. Da können wir uns nämlich hier ein bisschen reparieren. Ich hoffe, das repariert auch die Systeme. Nicht nur die strukturellen Sachen. Sieht aber nicht so aus. Das Feuer bleibt bestehen. Okay. Ist wahrscheinlich ein Sauerstoff-Lag. Sonst könnte es ja nicht brennen. Ah, da ist es weg. Da kommt. So, Scan-Reichweite. Weiß ich vielleicht schon, was das tut. Reduziert die Wirksamkeit der Schilder. Scan-Vorgang erledigt. Wir haben alle Daten, die wir brauchen. Und bringt 124... Ja, die Erfahrungspunkte sind mittlerweile nicht mehr so relevant, ne? Nee, überhaupt nicht mehr. 600. Ist ja nix. Die Mission wollte ich noch machen hier. Und dahinter ist dann direkt auch eine Sternbar. Das ist und Rift wäre hier oben. Zur nächsten Mission. So echt praktisch. Gute Ecke erwischt hier. Oh, die sollten sich aber nicht einmischen. Ich mach mir so einen kleinen Schwenker. Lee, lasst mich bitte in Ruhe. So, ich hoffe jetzt... Die waren Level höher, ne? Die hintere. Ich hoffe, etwas angenehmere Gegner diesmal. Die müssten jetzt sofort auftauchen. Diese Linienfrachter-Kanonen-Boot-Kombi, die fand ich ganz gut. Taktik-Offizier berichtet von Feinden in der Gegend. Aber nein, es ist wieder eine. Wieder eine Fregatte. Bedrohung alarmierend. Ah, letztes Mal eine Kreuz. Eine Fregatte ist okay. Fliegen wir bis auf 9.3. Raketen haben wir noch. Fliegen wir auf 690 dran. Verpassen den Abstieg. Jawohl, Sir. Feuerfallbefehl wurde gegeben. Dann gibt es eine volle Bereitseite. Unsere Schilde werden schwächer. So, und dann überfliegen wir den einfach. Gucken, dass wir dann vielleicht ein bisschen das Feuer auf hinten lenken. Denn die eine Schildseite ist schon... etwas in den Mitleidenschaft gezogen. Warnung, Schilde zusammengebrochen. Ja, macht nichts. Wir drehen uns einfach ein bisschen dagegen. Guck mal. Das sollte reichen. Vielleicht gehen wir in den Geschützturm. Unsere Schilde werden schwächer. Abwehrschild initiiert. Hey. Typ. Da muss ich mal eben ein Raketchen schießen, wenn ich so aufbringend bin. Wir haben Schilde verloren. Ein weiteres feindliches Schiff ist erledigt. Da ist er erledigt. Mission abgeschlossen. 20 Faction gekriegt, 20 Faction verloren. Schön. Wo ist deine Überreste? Reaktivierung der Schilde erfolgreich. Da sind sie. Nehmen wir die auch mit dem Schwarm auseinander. Einen haben wir noch. Ah, komm, gönnen wir uns. Soll gar nicht unbedingt neue Sachen kaufen hier überhaupt. Die Ausstattung lässt nach. Aber dazu brauchen wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld nach dem teuren Booteinkauf hier. Was blitzt denn da so? Ach, der Nebel. Okay. Schauen wir mal. Diesmal ein bisschen mehr rausgesprungen. Und? Vier Skarabeus-Panzer. Ja, auch wieder über 5000. Hat sich auch gelohnt. Bis auf den Treibstoff. Der war natürlich jetzt ein bisschen überflüssig. Aber okay. Neuer Wegpunkt bestätigt. Ein bisschen Trinken ist immer ganz schön. Bestätigt. Maschinen auf Overdrive. Was dabei hat. Setzen wir das Ganze mal direkt in Credits um. Bevor wir dann mit dem Riftway weiter in unser eigentliches Ziel fliegen. Oder in Richtung unseres eigentliches Ziel. Na. So. Dahin. Da geht nicht ganz. Könnte ich vielleicht besser diesen hier nehmen. So. Von der Linienführung her. Da hätten wir auch noch eine Mission. Noch einen Meuchelmord. Mal schauen. Das ist mal eine kleine Erholung hier. Auf Troy. Vieles verboten. Äh. Ach. Verboten. Schlechte Preise. Hier dafür die Skarabeen-Panzer. Ganz gute. Egal. Wir sind da nicht wählerisch. 32.000 wieder zusammen. Damit können wir schon ein bisschen Ausrüstung kaufen. Erstmal wieder hier vollladen und reparieren. Und Ausrüstung. Gavin. Plünderschwarm. Einen. Der Tarnungsdisruptor kann wegschieben. Den Rest behalten wir. Den nehme ich auch mit. Aber die kosten nur 1.000. Die können wir auch uns leisten. Würde ich sagen. T-Drive 35.000. Den looten wir lieber. Einmal ausrüsten. So. Schildbooster. Schwarm. Nach hinten. Und reparieren. So. Dann war ein bisschen besser ausgestattet wieder. Und dann würde ich sagen. Haben wir für heute ein bisschen was geschafft. Zwei Missionen. Und die Story-Mission etwas weiter. Und ich denke genau das. Werde ich in der nächsten Folge dann auch wieder angehen. Oder zumindest mal. Zumindest. Ja. Wahrscheinlich würden wir eine Folge in die Richtung fliegen. und dabei das ein oder andere zum Leveln unternehmen. Und ein bisschen Geld verdienen. Um das restliche Schiff hier noch auszurüsten. Wir bräuchten eigentlich noch eine etwas stärkere Waffe. Für den Slot. Oder ne. Für den Slot. Und die Erweiterung hätte ich ja gerne hier noch gekauft. Aber damit beschäftigen wir uns das nächste Mal. Für dieses Mal wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Euer Schombok. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.